Auf unserem ersten Lösungsweg sind wir auf den Hinweis eingegangen, diesen Lambda-Wert so zu bestimmen, dass das homogene lineare Gleichungssystem hier, Gleichung 1 und Gleichung 2, mehr als nur die triviale Lösung xy gleich 0 besitzt. Diese spezielle Methode, die wir da verwendet haben, also dass wir in die lineare Algebra abtauchen und uns solche linearen Gleichungssysteme anschauen, funktioniert nur in ganz speziellen Aufgaben. Eben genau dann, wenn wir so ein lineares Gleichungssystem haben, aber nur weil wir das haben, bedeutet es nicht, dass es unbedingt die beste oder auch die schnellste Methode ist, um diese Aufgabe hier zu lösen. Es kommt nämlich auch zum Teil auf diese dritte Gleichung drauf an. Du kannst diese Lagrange-Aufgabe aber auch genau so lösen, wie du es gewohnt bist, so wie ich es dir auch im Einführungsvideo zur Lagrange-Methode gezeigt habe, und zwar, dass wir das Lambda eliminieren mit dem Additionsverfahren. Die ersten beiden Schritte, also die Lagrange-Funktion aufstellen und das Nullsetzen aller ersten Ableitungen, das haben wir schon bei der ersten Methode gemacht. Um deine wertvolle Zeit zu sparen, habe ich das einfach mal übernommen. Du kannst ja gerne nochmal nachschauen, wie wir das gemacht haben, wenn du möchtest. Der dritte Schritt ist jetzt, dass wir diesen Lambda-Term eliminieren. Dafür müssen wir einfach nur beide Gleichungen miteinander vergleichen und uns überlegen, was sie denn unterscheidet. Zum Beispiel hat dieser Lambda-Term eine 2 an sich. Dieser Lambda-Term hat auch eine 2 an sich. Das ist fair. So, was ist denn aber mit diesem y, das in der zweiten Gleichung an das Lambda dran multipliziert wird? Das kommt ja nicht in der ersten Gleichung vor. Und das ist ziemlich unfair. Das bedeutet, wir geben der ersten Gleichung also ebenfalls ein y. Das ist fair. Hat jeder ein y. Aber was sehe ich hier? Da steht ein x an dem Lambda und so ein x wird hier nicht dran multipliziert. Fair wäre es doch, wenn diese zweite Gleichung ebenfalls ein x bekommt. Also x mal der zweiten. Und wenn wir die dann miteinander vergleichen, dann haben sie beide eine 2, beide haben ein x und beide haben ein y in sich. Diese beiden Terme sind also gleich. Wenn wir sie dann voneinander abziehen, na dann fallen genau diese beiden Lambda-Terme weg und genau so funktioniert es, Lambda mit dem Additionsverfahren zu eliminieren. Gebt einfach jeder Gleichung genau das, was ihr fehlt. Sprich, was die andere Gleichung hat, damit es fair ist. Okay, die beiden fallen raus. Können wir ignorieren. Jetzt müssen wir diese Rechenanweisung aber noch mit dem Rest durchführen. Das heißt, wir müssen alles, was in Gleichung 1 noch überbleibt, noch mit y multiplizieren. Also y mal dem Rest von Gleichung 1 minus x mal dem Rest von Gleichung 2. Also minus 4x plus 4y ist gleich 0. Sieht jetzt zwar noch nicht so schön aus, aber guck mal, wenn wir diese Klammern hier auflösen würden, dann kommen doch da Terme vor wie x mal y. Genau wie hier, x mal y. Das wird sich schon irgendwie zusammenfassen lassen. Gut, im besten Fall würde der sich aufheben. Naja, sieht hier nicht so aus. Aber was soll's. Multiplizieren wir es aus und fassen weitestgehend zusammen, damit wir schöner mit weiterarbeiten können. Also 10xy minus 4y². Jetzt aufpassen. Minus minus wird zu einem Plus. 4x². Und dann muss dieses minus x auch noch mit diesem hinteren Summanden multipliziert werden. Also minus 4xy. Ja, und genau wie wir es gerade gesagt haben, lass uns diese beiden Terme doch noch zusammenfassen. Und weißt du was, ich möchte das gerne noch ein bisschen ordnen. Wir fangen einfach mal mit dem hier an. Also 4x². Dann haben wir 10 minus 4 sind 6xy. Und zu guter Letzt haben wir noch minus 4y². Genau das hier ist unsere vierte Gleichung, mit der wir jetzt weiterarbeiten. Das Einzige, was wir jetzt noch zu tun haben, ist Gleichung 3 und Gleichung 4 zu erfüllen. Gleichung 1 und 2 können wir deshalb ignorieren, weil jegliche Information bezüglich x und y bereits in Gleichung 4 enthalten sind. Das können wir deshalb gewährleisten, weil sich ja Gleichung 4 gerade aus 1. und 2. berechnet hat. Das heißt, wenn wir jetzt Gleichung 3 und Gleichung 4 erfüllen, dann ist die gesamte Extremwertaufgabe beendet. Weißt du noch, was wir gesagt haben, wie wir am besten vorgehen, um so ein System aus Gleichungen zu lösen? Da haben wir gesagt, das Beste, was uns passieren kann, ist faktorisieren. Das heißt, dass wir aus zumindest einer der beiden Gleichungen irgendetwas Qualitatives mit x oder y ausklammern. Gut, wenn wir uns aber die dritte Gleichung anschauen, da gibt es in diesen drei Summanden keinen Term mit x oder y, den die gemeinsam hätten. Das heißt, faktorisieren würde hier nicht funktionieren. Genauso wenig in Gleichung 4. Das heißt, faktorisieren ist als Methode vom Tisch. Die zweite Möglichkeit, haben wir gesagt, ist das Additionsverfahren. Und interessanterweise hatte ich das ursprünglich mit dir vor. Ich wollte ungefähr sowas rechnen wie 4 mal die dritte Gleichung plus der vierten Gleichung. Dann würde nämlich folgendes passieren. Diese y-Quadrate, die würden sich wegheben gegenseitig. Und das wäre ja auf den ersten Blick ein kleiner Gewinn. Nur der nächste Schritt, den man dann gemacht hätte, wäre die pq-Formel gewesen, um an die beiden x-Werte ranzukommen. Und diese beiden x-Werte hätte man dann wiederum in Gleichung 3 oder 4 eingesetzt, wie man es eben gewohnt ist. Und nach einer ewig langen Rechnung mit unglaublich vielen Rechenschritten und auch sehr vielen möglichen Schussefehlern, würde man tatsächlich zum richtigen Ergebnis kommen. Dann habe ich darüber nachgedacht und mich gefragt, wenn das Ganze doch eh auf die pq-Formel hinausläuft. Warum machen wir sie dann nicht einfach gleich, mit Gleichung 4? Gut, wir müssten jetzt noch durch 4 teilen, aber dann könnten wir direkt die pq-Formel benutzen. Und dann ist mir aufgefallen, naja, wenn wir die pq-Formel benutzen, muss ja der Term, der an das x dran multipliziert ist, natürlich nachdem wir durch 4 geteilt haben, irgendwie quadriert werden. Und dann muss das Ganze noch mit diesem Term hier addiert, subtrahiert werden. Also in jedem Fall hätten wir unter der Wurzel irgendwas mit y², was sich gut zusammenfassen lässt. Die Wurzel daraus hat irgendwas mit y zu tun und perfekt. Wenn wir also hier die pq-Formel benutzen, dann kommen wir direkt auf ein wunderschönes Ergebnis. Und sind sogar noch schneller als mit Lösungsmethode Nummer 1. Gut, lass uns keine Zeit verlieren. Lass uns das Ganze einfach mal durch 4 teilen und die pq-Formel benutzen. Gut, ich habe jetzt einfach mal hier 6 Viertel, da haben wir gekürzt, sind 3 halbe. Und dann erhalten wir diesen Term. So, was haben wir gesagt bei der pq-Formel? Um da auf die beiden Lösungen zu kommen, da müssen wir einfach nur die Zahl, die an das x dran multipliziert wird, also diese plus 3 halbe y, diese Zahl, davon müssen wir das Vorzeichen ändern und wir müssen sie halbieren. Gut, das heißt, 3 halbe halbiert sind 3 Viertel. Und ganz wichtig, das y, das darfst du nicht vergessen. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, weil das x hier gerade in der Mitte steht, aber diese Zahl, die an das x dran multipliziert wird, also 3 halbe y, das ist das p in der pq-Formel. So, plus minus einer fetten Wurzel. Und dann haben wir gesagt, wir müssen diesen vorderen Term quadrieren. Also jeden einzelnen Faktor zum Quadrat. 3 Quadrat ist 9, 4 Quadrat ist 16, y Quadrat, ist halt y Quadrat. So, und dann müssen wir noch von diesem Wert hier hinten, ja, also unser q, müssen wir noch das Vorzeichen ändern. Also plus y Quadrat. Und schau mal, genau wie wir es gerade vorhergesagt haben, diese beiden Terme lassen sich zusammenfassen. 9 Sechzehntel plus 16 Sechzehntel, wenn man es erweitert. Das heißt, wir haben hier unter der Wurzel, ja, sind 9 plus 16, sind wir bei 25 Sechzehntel. Naja, und daraus lässt sich ja wunderbar die Wurzel ziehen, ne, aus jedem einzelnen Term. Also wir haben hier minus 3 Viertel y plus minus. So, und jetzt die Wurzel aus 25, das ist 5. Die Wurzel aus 16 ist 4. Und die Wurzel aus y Quadrat, das ist wiederum y. Und jetzt müssen wir die beiden Lösungen noch zusammenfassen. Und wir haben es geschafft. Also, x Nummer 1, na, wo schreiben wir es mal hier weiter, ist minus 3 Viertel plus 5 Viertel, na, mit einem y hinten dran. Gut, minus 3 Viertel plus 5 Viertel sind 2 Viertel, also 1 Halb y. Und die zweite Lösung, naja, das ist minus 3 Viertel minus 5 Viertel, also minus 8 Viertel, oder gekürzt minus 2. Und genau diese beiden Werte hatten wir auch bei der ersten Lösungsmethode raus. Spielen wir beide Möglichkeiten nochmal bis zum Ende durch. Dadurch, dass wir gerade die Lambdas mit dem Additionsverfahren eliminiert haben, sind wir auf Gleichung 4 gekommen. Mithilfe der pq-Formel haben wir diese beiden Lösungen raus. Das bedeutet, sobald x gleich die Hälfte von y ist, oder das minus 2-fache von y, sind Gleichung 1 und 2 automatisch erfüllt. Das einzige, was jetzt noch erfüllt sein muss, ist Gleichung 3. Deshalb setzen wir diese beiden Werte jetzt nacheinander in Gleichung 3 ein. Gut, fangen wir damit an, 1 halb y zu quadrieren. Das heißt, wir müssen jeden Faktor einzeln quadrieren, haben also ein Viertel y². Plus y² minus 4, wie da oben steht. Und jetzt müssen wir das Ganze noch ordentlich zusammenfassen, und wir haben es geschafft. 1 Viertel plus 4 Viertel, naja, das ist gerade 5 Viertel y². Gut, und da der Platz nicht ausreicht, lass uns einfach mal ein paar Schritte im Kopf rechnen. Ist auch ein schönes Training. Plus 4 rechnen wir, und dann geteilt durch 5 Viertel, oder besser wäre, mal 4 Fünfte, mit dem Kehrwert. Okay, 4 mal 4 Fünfte, wird nur der Zähler multipliziert, also 16 Fünfte. Und aus 16 Fünfte ziehen wir noch die Wurzel. Das heißt, wir können aus Zähler und Nenner getrennt die Wurzel ziehen, war so ein schönes Wurzelrechengesetz. Das heißt, wir haben die Wurzel aus 16 ist 4, und die Wurzel aus 5, naja, ist halt die Wurzel aus 5. Das Schöne ist, dass der zugehörige x-Wert jetzt gerade die Hälfte von diesem y-Wert ist. Das heißt, für die beiden x-Werte, die dazugehören, haben wir plus minus 2 durch Wurzel 5. Um jetzt eine wertvolle Zeit zu sparen, habe ich uns mal diesen zweiten Fall schon durchgerechnet. Der funktioniert genauso einfach, wie der erste Fall auch. Außerdem sind diese vier entstehenden Lösungspunkte natürlich genau dieselben wie auch bei der ersten Lösungsmethode. Das Schöne an dieser Aufgabe finde ich, dass dieser allgemeine Weg, um Lagrange-Aufgaben zu lösen, also das Lambda zu eliminieren mit dem Additionsverfahren, tatsächlich schneller und besser funktioniert hat, als dieser vorgeschlagene Weg, sich also dieses homogene, lineare Gleichungssystem zu betrachten und mit Werkzeugen aus der linearen Algebra auszuwerten. In gefühlt 99% aller Lagrange-Aufgaben empfehle ich dir, wirklich diese Methode zu benutzen. Es ist wirklich die bevorzugte Art, Lagrange-Aufgaben zu lösen, also das Lambda mit dem Additionsverfahren zu eliminieren. Schau dir trotzdem noch die dritte Möglichkeit an, diese Aufgabe zu lösen, einfach um noch ein paar Rechengesetze mit Sinus und Cosinus zu wiederholen. 5 13 25 26 27